hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch eine weitere möglichkeit zeigen verbindungsprobleme zu lösen wenn unsere internetverbindung sehr langsam ist oder wir können uns vielleicht überhaupt nicht mehr mit dem netzwerk mit dem internet verbinden wegen eine falsche einstellung unseren netzwerk adapter oder gar mehrere wenn wir uns also irgendwie verkonfiguriert haben und wissen aber nicht mehr so genau wie wir es rückgängig machen können der erste gedanke hier ich bin mir das jetzt einfach mal kurz gäste gedanke hier wie gesagt ist über die windows einstellungen hier ganz einfach zack einstellungen netzwerk und internet und status hier ganz unten haben wir die möglichkeit das netzwerk zurückzusetzen ich mache das jetzt einfach mal hier kommt noch mal eine warnung ein hinweis ja dass dadurch wir alle netzwerk karten entfernt werden und neu installiert werden in den original ja mit dem original einstellungen halt das ist im prinzip das gleiche als wenn wir jetzt hier über unsere geräte wenn er ja einfach unseren netzwerk adapter hier genau die installieren und den rechner neu starten ja das wird noch mal ja komplett neu installiert mit dem treiber und so weiter ich mache das jetzt einfach mal hier würden sie sagt ok ein neustart ist hier erforderlich ich werde gleich abgebildet wir sehen hier das adapter ist jetzt weg wenn wir jetzt hier zurückgehen haben wir hier auch kein internet adapter mehr ich unterbreche vielleicht mal die abmeldung hier genau und macht das einfach mal geschließe das hier und versuchen mal die geräte manager hier nach geänderte hardware suchen und schon ist mein adapter wieder da das war jetzt quasi mein neustart hier das adapter wurde erkannt und installiert das ist jetzt die eine möglichkeit ja jetzt ist es mit wie gesagt komplett in den original zustand die einstellungen das ist dann wo war das jetzt hier genau ja die einfache die erste möglichkeit allerdings gibt es noch die möglichkeit nur bestimmte einstellungen zurückzusetzen und das ist das was ich euch heute eigentlich zeigen wollte ich schließe das mal es gibt da bestimmt jede menge tools ich will euch heute eins davon zeigen hier was kostenlos ist das heißt komplett internet repair ich habe das jetzt schon installiert hier und wenn wir das starten sieht hier so aus und schon haben wir hier die möglichkeit nur bestimmte sachen hier protokolle zurückzusetzen hier wird noch mal empfohlen dass wir bevor wir das tool hier laufen lassen dass wir uns ein restore point falls da was schief geht dass wir uns da eins ja restore point halt erstellen das können wir bieten das tool das tool hier auch die möglichkeit hier mit 23 klicks hier kreativ videos restore point hier nochmal ein hinweis dass wir vielleicht keine sachen reparieren sollten denn nicht irgendwie defekt sind die funktionieren ja so nach dem motto irgendwie never touch running system hier können wir im prinzip ja alles hier war den häckchen setzen allerdings müssen wir hier aufpassen vielleicht wollen wir das bestimmte sachen wie zum beispiel automatische updates oder hostfile ja nicht zurücksetzen ich mache das jetzt einfach mal hier nur mein tcpip protokoll und winsox und internet connection einfach nachdem wir uns unser ist dort point erstellt haben und einfach auf klicken und schon hier unten sehen wir was alles gerade gemacht wird hier sehen wir nochmal das ist durch das ist durch jetzt werden die internetverbindungen erneuert schon ist jetzt durch und spätestens jetzt am neustart sollte hoffentlich alles wieder in ordnung sein und ja die internetverbindung wieder funktionieren wir machen jetzt beziehungsweise genau wenn unsere internetverbindung immer noch zu langsam ist und wir denken da ist noch ein bisschen was daraus zu kitzeln da kann ich euch auch ein paar tipps geben und zwar wenn wir die eigenschaften unserem netzwerkadapter hier aufrufen da haben wir noch mal die möglichkeit hier eigenschaften ja ein paar sachen oder protokolle halt dienste zu deaktivieren die wir nicht brauchen natürlich ich werde jetzt hier einfach mal also wir können hier einfach testen ja der kurs paketplaner hier das ist für den heimnetzwerk zum beispiel das können wir wirklich ruhig aus oder deaktivieren hier ja wenn wir nicht gerade viele verschiedene netzwerk komponente haben ich werde jetzt einfach mal alles hier deaktiviert zum testen und außer natürlich die tcpip v4 hier das werde ich natürlich nicht deaktivieren ok also hier wie gesagt einfach mal testen nach und nach dann können wir ach was wir noch machen können genau den dns server natürlich ein server ein schnelleren dns server hier vielleicht eintragen wie zum beispiel die 1 das was nicht 1 1 1 1 und als alternativ nehmen wir einfach mal den von google genau sagt das bringt auch noch mal vielleicht ein bisschen was des weiteren können wir hier nochmal über konfigurieren erweitert ein paar sachen wie jumbo frames zum beispiel aktivieren beziehungsweise jumbo rahmen hier das ist standardmäßig deaktiviert ich aktiviere das jetzt einfach mal hier volle kanone allerdings macht das sinn hier nur wenn wir die schnittstelle startet jetzt einmal neu also diese jumbo frames zu aktivieren macht wirklich nur sind wenn wir hier ein gigabit internet beziehungsweise leitung haben netzwerk ja sonst bringt das ja das bringt nichts ja im gegenteil und was mir jetzt noch einfällt wir können ja mal zwischen durch einen test hier starten ok was mir jetzt noch einfällt das gilt allerdings nur für beziehungsweise ab windows pro können wir uns hier noch mal den gruppen manager editor hier gruppen sagt hier unsere gruppen richtlinien editor starten und hier können wir auch noch mal ein paar sachen konfigurieren wie zum beispiel hier unter administrative vorlagen netzwerk das haben wir jetzt aber ok qs paketplaner hier reservierte bandbreite das wird automatisch 20 prozent hier irgendwo ist noch eine erklärung hier standardmäßig beschränkt der paketplaner das system auf 80 prozent der bandbreite ja das bedeutet jetzt wäre das dienst hier deaktiviert ist oder nicht konfiguriert dann nutzt dann werden quasi 20 prozent reserviert ja wir müssen das dann einfach hier aktiviert hier eine null eintragen übernehmen ok ok und schon haben wieder da die volle bandbreite das macht natürlich sind ein neustart jetzt den rechner komplett neu zu starten vielleicht den router auch einmal und dann noch mal zu testen wir sehen hier bei mir ist jetzt ja habe ich nur noch ein drittel hier vielleicht von der geschwindigkeit was ich vorher hatte das kann jetzt aber auch irgendwie das schwankt immer ein bisschen oder auch nicht genau das war es auch schon alles ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen über ein like oder ein abo freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bei uns im nächsten mal in bei uns bei uns bei uns bei uns bei uns